So Leute, zur mittlerweile schon 73. Folge von Minecraft Let's Play. Wie immer, es regnet so schön, das ist doch mal richtig toll. Nein, eigentlich nicht. Aber gut, wir machen jetzt erstmal schön unser Inventar wieder leer. Denn von dieser riesen Reise, die wir hatten, hier sind unsere Pfeile, hier sind unsere Pfeile, jetzt haben wir wieder mehr Pfeile. Das hat mich so aufgeregt, dass wir keine Pfeile mehr hatten. Aber gut, Feuerzeug, warte mal, erstmal die Gerätschaften, das gehört da rein, das gehört da rein. Der Bogen gehört da rein, ich könnte eigentlich den Bogen einmal repairen, oder? Warte, ich hol mal einmal ein bisschen Lapis. So. Lapis 1 Stärke und Schlag, ah, was ist der Unterschied zwischen Stärke und Schlag? Stärke ist Power, das ist, ähm, dass der mehr Dings hat, aber Schlag? Was ist Schlag? Ich weiß nicht, was Schlag ist. Unendlich! Da hätte ich meinen Unendlich-Bogen. Ich warte auf Unendlich für 28 Level wieder. Ich warte auf Unendlich. Dann habe ich wieder meinen Infinity-Bogen, sodass beides da rein. Zuckerrohr kommt hier hin. Da haben wir jetzt ja ein bisschen, das fehlt uns jetzt eher an, ähm, Leder. Äh, das, ja, einfach mal da rein. Kartoffel ist was zu essen. Das da rein, das da rein. Knochen gehören nicht da rein. Frohes Dings. Kommt alles da rein. Melonen, Kakao. Alter, was wir alles haben. Tropenbaum. Ich glaube, den Tropenbaum setzt, den kann ich kurz irgendwo hinsetzen. Irgendwohin, wo es jetzt nicht allzu voll ist, weil da kann dann auch ein Baum wachsen. Aufs Dach. Da hinten ist es nicht allzu voll. So, würde ich mal so berufschätzen. Ich wollte gerade fliegen. Naja gut, ja, ich lasse ihn da mal so stehen. Vielleicht fehlt es ja was. Vielleicht aber auch nicht. Ähm, oh, wo sind sie er denn? Ach, egal. Voll unauffällig. Ähm. Das ist fertig, dann kommt das nächste da rein. Ähm. Wo ist das Eisen jetzt? Da ist das Eisen. Dann tun wir hier noch den Rest, äh, Melonen einmal rein. Die Kakaobohnen tun wir da rein. Hier ist noch Leder. Seerosenblätter. Ja, kommen auch da rein. Spinnenaugen. Fackeln kommen noch da rein. Äh, verrottetes Fleisch. Das da rein, das da rein. Das kommt hier zu essen. Äh, Wolle. Ja, genau. Kommt hier rein. Oh, das Hammelfleisch. Kommt gleich noch. Äh, gebraten. Kommt gleich noch gebraten. Mhm. Das kommt noch da rein. Jetzt muss ich nur noch braten. Dann wäre es das wieder. Da haben wir wieder aufgeräumt. Das Feuerzeug lasse ich auch in der Hand, weil... Das kann man immer gebrauchen. Obwohl, ich spiele kein PvP. Tue ich es mal da rein. Aber dann, wenn schon in der richtigen Kiste. So, ähm... Was wir jetzt machen können... Ja, gute Frage. Ähm... Die, ähm... Kühl-Draußenpaarern. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, doch. Passt. Zwölf, das heißt. Ich muss jetzt, äh... Zwölfmal klicken, sozusagen. Kommt alle her. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Genau. Jetzt will keiner mehr was. Und ihr kriegt auch nichts mehr. Aber ich kriege noch ein bisschen Leder von euren Eltern. So, zwölf. Jetzt habe ich sechs Kinder. Also, das heißt, ich kann sechs wieder killen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Also, jetzt habe ich wieder zwölf Leute. Gut, aber zehn reichen, das heißt. So, und, äh... Guckt mich nicht so doof an. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Hallo. Man, Maus. Eins, zwei... So. Ein... Alter. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Sieben, acht, neun, zehn. Gut, keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe, aber es sind zehn. Ist ja voll hier. Okay, jetzt habe ich, äh... So. Na, warte mal. Ich probiere mal kurz was. Es geht nicht. Ah. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Geil. Alter, ist das geil. Dann muss das nicht mit der Rechtsklick machen, sondern mit Linksklick, dann geht das. Wenn man jetzt hier so, und sonst mache ich ja immer so und so und so, aber dann drückt ich einfach, halte ich die, äh, Abbautaste, also die Linksklick, halte ich fest und geht dann darüber. Dann teilt sich das auf und es passt einfach alles. Das habe ich ein paar Büchlein. Ähm, das Weizen kann da rein. Ups, halt, eigentlich die Bücher. Das Weizen. Und ein bisschen Holz kann ich mir nehmen. So. Und eigentlich kann ich mir noch ein bisschen Holz nehmen. Das ist ja richtig geil, wie schnell man einfach vorankommt. Wenn man die Taktik hat hier. Oh, jetzt habe ich neun weitere Bücherregale. Ich glaube, das reicht auch einfach. Das reicht auch. Vor allem ist... Bin ich dumm. Es reicht jetzt schon, weil ich komme ja auf Level. Oh Gott. Naja gut, dann mache ich es wenigstens schön. So. Fünf habe ich noch. So. Und so. Und eins klatsche ich einfach da drüber, oder? Oder wo klatsche ich eins hin? Soll ich eins einfach da hinklatschen? Ja, komm. Sieht zwar übelst beschissen aus mit dem einem Ding. Aber auf jeden Fall brauchen wir keine Bücherregale mehr. Merken jetzt. Ich brauche keine Bücherregale mehr. Es wird nur gerade richtig... Dunkel. Deshalb gehe ich einmal hoch. Ins Bett chill. Mal schlafen. Dann schön hier raus gucken. Und es regnet nicht. Ist das nicht toll? So. Ähm. Dann müsste der... Ofen hier... Ist ja echt genau vor unserer Haustür gripiert. Ich glaube, das hat sich hiermit erledigt, was wir gemacht haben. Die schöne Farm. Ich meine, das Essen, was ich da alles habe, ist einfach viel zu viel geworden. Ich brauche einfach nichts mehr. Guckt euch mal unsere Essenskiste an. Ich brauche einfach haargenau nichts mehr. Das ist sowas von... Ne? Also ich brauche echt einfach gar nichts mehr. Das ist so... Naja. Gut, ähm... Ist der... Kann man den auch beraten? Keine Ahnung. Wieso ist hier Zucker drin und da auch Zucker? Wieso ist da überhaupt Zucker drin? Fällt mir gerade auf. Wieso ist hier überhaupt Zucker drin? So. Ähm. Das kommt dann... Komm. Da hin. Zwei Thronen habe ich hier noch. Zwei Thronen. Passen nirgends wo mehr hin. Ja. Ähm. Drei Notenblöcke. Wozu habe ich die drei Notenblöcke gemacht? Ich weiß warum, aber... Ich wollte hier... Äh... Eine Klingel dran bauen. Muss hier aber den ganzen Boden wieder aufreißen, ey. Und ob ich dazu Bock habe? Ja, das... Darüber lässt sich streiten. Ich habe einfach 64 Brot. Alter, das gibt es nicht. Mehr als ein Steak Steaks. Ich brauche mein Leben lang nichts mehr zu essen. Die Farben einfach... Mit TNT explodieren lassen, Alter. Explodieren, sage ich euch. Ich brauche einfach gar nichts mehr. Naja, ähm... Ich finde, es sieht eigentlich recht, recht geil aus, was wir hier gebaut haben. Also mit so einem Balkon und so. Ach, und jetzt sehe ich das doch gerade wieder. Hm. Hm, Alex. Ich habe dann gedacht. Und zwar... Äh... Den neuen Skin, den ich auch schon seit zwei Folgen habe. Äh... So. Äh... Den neuen Skin, den ich seit zwei Folgen habe hier. Ähm... Den hat Alex gemacht. Und äh... Ich... So... Äh... Wollte ihn einmal hier dran, äh... Äh... Ich wollte einmal das erwähnen. Genau das wollte ich sagen. Äh... Das Alex... Äh... Ich stehe einfach... Normalerweise direkt einfach da drauf. Jetzt. Ich stehe einfach in der Luft. Sozusagen. Äh... Ähm... Auf jeden Fall, ja. Den... Äh... Gen hat Alex für mich gemacht. Und ähm... Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, äh... Welchen Skin ihr besser findet. Den, den ich jetzt hier gerade... Äh... Anhab. Oder den... Ich, äh... Sonst immer habe. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Außer du natürlich, Alex, ne? Du hast, äh... Keine Permissions... Mir was in die Kommentare zu schreiben. Äh... Keine Rechte. Und, ähm... Also du hast doch schon Rechte, mir was in die Kommentare zu schreiben. Aber halt... Du kannst hier nicht mitvoten, ne? Weil du eh deinen Skin vortest. Ähm... Aber gut. Ähm... Das heißt dann... Ich habe nur einen Skin. Und, äh... Ja, das wollte ich sagen. Jetzt fange ich mir eigentlich auch das wieder anziehen. Ich muss einmal kurz was... Tippen und zweimal das hier klicken. Der hat noch 51. Der hat noch... Der hat noch... Der hat noch 81. Das heißt, der Helm... Warte, wenn ich hier noch 81 habe, und jetzt einen Fallschaden kriege, ne? Der hat jetzt noch... 81 und 51. 81 und 51. Also Fallschaden macht er nicht. Nur wenn ich Schaden kriege von irgendwas anderes. Wie zum Beispiel von ihm hier, ne? Hey. Hallo? Dankeschön. Jetzt 79, 78. Triffst du mich? 58, 57, genau. So. Davon mache ich... Kriege ich Schaden nur. Aber gut. Der kam eigentlich recht perfekt zu den... Fortführungszwecken da an. Äh... Nein. Wie tue ich Knochen da rein? Ich brauche noch mal kurz was zu erfreiten. Wie wäre es mit dem Brötel? Ich kann auch, ähm... Ich kann auch, ähm... Gerade mal kurz was gucken. Und zwar... Ich mache hier gerade einmal wieder mit meinem Handy. Ähm... Crafting. Crafting Guide. Habe ich dafür alles, was ich machen wollte? Da, dam, 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 dam. Ja, ich müsste eigentlich alles haben. Also wie viel... Äh... Eimer habe ich? Ich glaube nur einen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, so. Das war auch schlau, was ich hier gemacht habe. So. So, das wollte ich machen. Und jetzt, ähm... So. Ah, alles klar. Gut, habe ich schon. Äh, dann gehe ich wieder rein. Ähm... Gehe dann einmal nach unten. Einmal nochmal aufs... Rezept gucken. Ernsthaft? Naja, gut. So, das reicht schon wieder. Und, ähm... Brauche ich davon noch ein bisschen. Und davon. So, die meisten können sich das wahrscheinlich schon denken, was ich jetzt mache. Was heißt die meisten? Eigentlich jetzt alle spätestens. Und, ähm... Da ist ein Kuchen. So. Ach, ich habe eh keinen Zucker mehr, ne? Eher habe ich auch noch. So. Dann mache ich mir gleich noch einen. Einfach aus... Lust und Tollerei. Mache ich mir noch einen Kuchen. So, ähm... Kann ich wieder so machen. Okay, dann, ähm... Jetzt gucke ich gar nicht mal aufs Rezept. Vielleicht kann er schon auswendig. Und toll, Kuchen kann man nicht stacken. Hat ja gut geklappt. Aber gut. So, äh... Die beiden anderen Eimer tue ich da rein. Und einen tue ich wieder da hin. Zucker tue ich da rein. Zucker ist was zu essen, fällt mir auf. Ja, das kommt da rein. So, die Eier kommen nach Eiern. Ist doch klar. Und den Kuchen dafür... Na, für den Kuchen. Ich habe gerade keine Lust, Schluss zu machen. Wie man merkt. Es ist zwar schon drüber über die Zeit, aber... Ähm... Ich habe doch bestimmt noch... Das weiß ich, Suche, ne? Bestimmt, genau. Hier eins. So. Und, äh... Ich habe sogar beides. Ich weiß noch nicht, was besser aussieht. Deshalb nehme ich mal alles mit. Und zwar, wenn ich jetzt... So. Mhm. Äh... Ne. Ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt einen Kuchen draufsetzen kann. Fällt mir gerade auf. Ist hier jetzt untergekullert, oder? Wo ist das Item jetzt hin? Ach, da hinten ist es. Ja, gut. Äh... So geht das natürlich auch, ne? Naja, gut. Den Kuchen haben wir bestimmt auch auf den Zaun setzen. Nein. Ich habe den Kuchen kaputt gemacht. Ich dachte, der bleibt jetzt oben. Nein. Genau, das geht auch. Au, das sieht toll aus. Alles klar, gut. Dann, äh... Hab ich da jetzt so einen tollen Kuchenstinder. Ey, das sieht echt toll aus. Okay, das heißt, einmal nochmal aufs Schwert gucken. Ich habe noch 71. Äh... Schläge. Und dann war es das für diese Minecraft-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Beweiterung da. Und, äh... Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Und, ähm... Ciao, ciao. 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 Ciao.